hey leute was geht es zu meinem natürlich nicht zu einem game okay das ist jetzt ein bisschen scheiße denn hier ist werbung es ist warum ich das mache keine ahnung ich kann nichts anderes machen ich würde es ja wahrscheinlich so lassen ich weiß nicht oder kann man das hier danke jetzt kann man so machen okay hello user i i have bad you actually there's no game so i hope you're not too much disappointed you can still watch tv go outside read a book ask for a refund this is not a game it has nothing to do with the game it's just a massive package of boredom ja hier ist das hier ist der ist der ist nur game und das war es mit auch nicht was natürlich können wir hier irgendwas machen guck mal natürlich hier oben rechts kommt was runter moment so oh das ist aber zu ewig ne super 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 ochre n ich ich o das ich es es Alter, das nervt. Hey, komm, come on. Das ist voll die Verarsche. Kannst dann auch kriegen, das ist voll gemein. Ja, geht doch. Stop it now. I think we're good. Oh. Oh. Call Superman for that one. Just in case. A few Kryptons. I know Superman does not exist, but as we're in a game... No, we're not. Go on. This is my life. What a mess. I hope you will clean the place before living. Just what do you think you're doing, user? Wait a moment. There's no game. I don't know if it's loud or it's loud for you. No, don't look. It's private. You're going to do a terrible day. Go on. What? I don't know. Okay. Okay. So, that would be easy to do. That's what I didn't realize if this was already. No, 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 no. oh Hey. Oh, Cheat him. Das ist nicht so funny. Oh, no. Kommt der Wollmere runter? Du musst find'n einen Weg, von ihnen zu verbringen. Das ist ein Disaster. Oh, man. Cheat er! Oh, meine Glitches! Oh, nicht. Was? Oh, das? ja ich will das verstören ja das habe ich schon ich weiß ja ich will jetzt ein bisschen wie das geht ja 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 ich will es ja ich will es ja ja ich will es ja Oh, jetzt kommen wir wieder hin, holen wir uns Wasser. Schöner Spiel eigentlich, wenn man es cool war, dass sich jemand so ausdenkt. Bestimmt hatte der bestimmt lange so lange, weil es gibt ja so viele Spiele, ich weiß was ich machen soll. Dann hat sich das erfunden. Ist aber ganz cool das Spiel. Jetzt will ich den Nuss haben. Oh, warte mal. Jetzt wird der Bitter verschiebt sich. Oh, jetzt nehmen wir den Nuss, gehen nach oben. Komm, den Scheißlösen. Ach ey, lass uns nicht weiter. Du hast den Kuss. Jetzt bin ich sehr gut. Der Transformer-Programm. Intercomische-Hit. Seid die Gute. Seid die Gute. Seid die Gute. Seid die Gute. Ich habe das ja schon auf Youtube gesehen, deswegen habe ich das vier Jahre gefunden. Und, ähm, die Gute schon einmal, also ich habe das vorhin einmal gespielt. So. Oh, nein. Du bist nicht weg. Du bist weg. Du bist weg. Ich habe das weg. Oh nein. Es wird weg. Es wird weg. Es wird weg. Es wird weg. Ich bin weg. Was a bad idea. Everything disappeared. Except me. I'm so sorry. I put you in danger. It's all my fault. Please. Will you forget where you come? Yeah. Yeah. Oh, ready? What a great news. Maybe we can be friends. No, no, that's not a good idea. We will get bored quickly together. Why? Because, as I said, there is no game. There is no game. Created for the constructs. Deceptive Jam. Design code. I would say that was with the next game. Here is a little indie game, a trash game. I have seen it at Holly. And I thought, I made a video of all of them. And I hope you liked it. I think this is only what I can show . I thought, that was cool. It was a cool game. I will say, we will see you next time. wann das kommt das weiß ich noch nicht ihr wisst ja ich bin nicht so ich brauche das beste Internet hätte ich ein besseres Internet dann würde vielleicht dann würde jeden Tag ein Video kommen mit meiner 16K Leitung die nur 6K ausstrahlt in meinem Computer so gesagt das bringt gar nichts also ich würde sagen wir sind in unserem nächsten Video ich hoffe euch hat dieses Video gefallen lasst die Verwaltung da und um nichts zu verpassen abonniert auf meinen Kanal bis zum nächsten Video